Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge des LS Dezeptionalen und der Projekt auf der Partnerkarte in dem Markt. Aktuell leider im Singleplayer mit der Version, da ich gerade im Hintergrund, ja wie ihr wisst, alle Spiele wirklich installiere, um bald für euch wieder Videomaterial produzieren zu können, da ich ja auch eine neue Festplatte habe. Und mir ist aufgefallen, dass meine Aufnahmeprogramm gerade richtig ohne Aufnahme leckt, ist aktuell nicht in der Lastung, für euch so zu sehen. Was heißt, ich muss wirklich den PC mal neu starten. Wahrscheinlich ist der gerade komplett überlastet mit dem, was der gerade macht. Es gibt ja wirklich, der macht ja gerade wirklich einiges und den habe ich jetzt schon ein paar Sachen unterbrochen, aber ich denke, der hat so langsam wirklich auch mal so eine Phase, wo er gerne mal in den Feierabend geht. Obwohl ich ihm das aktuell wahrscheinlich bis heute Abend einen oder so noch nicht machen lassen kann, weil ich den A wahrscheinlich die ganze Zeit gebrauche und B ich den nochmal wieder zurücksetzen muss. Steht ein bisschen weiter vor. Besser. glad hoffen wir mal das wetterchen iquer Jonah aber sich komplett vergessen around super kontakt dieses also aufnahme wochenende immer mehr Da müsste ich um 15 Uhr kommen. Aber das Amt ist ja auch unsere Teams-Besprechung. Wo ich leider nicht dabei sein kann, weil ich da einen anderen Termin habe. Mal schauen, wie lange der dauert. Oder ich hoffe mal, dass ich auch relativ zügig wieder wegkomme. Optimal ist es, wenn ich mir in 10 Uhr wieder zu Hause bin. Aber ich glaube, das schaffe ich nicht. Aber irgendwie muss man... Man muss da ja wohl mal hin, also... Ist doch nicht tragisch, aber es ist natürlich immer so, dass man plant was und dann kann man das A wieder wegschmeißen und ein A sich vielleicht fair plant hat, weil man schon was hat an irgendwelchen Sachen oder so. Man hat vielleicht schon was zu tun. Das ist immer so eine leichte Katastrophe. Aber was willst du machen? Ich glaube, wir werden diese Folge auf jeden Fall auch noch Futter mischen, wie sonst. Ah! ETS ist fertig. Jetzt kommt ATS drin. Wenn wir noch Glück haben, fern ist. Und den muss ich noch installieren. Und die Profile zu ETS wieder hinzufügen. Ich hoffe, das nimmt der jetzt. Das wäre jetzt eine Katastrophe, wenn er es nicht macht. Oh, das wäre dann jetzt aber mal so richtig scheiße. Weil ich nochmal wieder ein ETS-Profil anfange. Obwohl, ich habe ja schon vorbereitet, sage ich mal, die Videos für nächste Woche. Es fehlt theoretisch von mir aktuell noch Gwent. Das heißt, ob ich... Ja, es fehlt noch Gwent. Genau, es fehlt wirklich noch Gwent für nächste Woche. Also für diese Woche, wo auch ich mich in der ersten Woche. Aber das sollte ich hoff nicht noch hinkriegen. Obwohl ich auch überlege, ob ich Gwent nicht wieder neu installiere. Oder wahrscheinlich werde ich sie eh neu installieren. Aber das könnte ich mir gleich auch mal angucken, auf welcher Platte der Spiel überbringt. Obwohl, kann er eigentlich nur noch auf den externen oder auf meiner C-Festplatte rumkammeln. Die andere habe ich ja neu formatiert. Ich habe gestern Abend, die Leitstabfahrt habe ich bis Viertel nach zehn oder so gemacht. Dann hat ein anderer Dispo in der Brunnen, weil ich unbedingt noch die Festplatte einrichten wollte. Habe dann Festplatte eingebaut, da war ich so gegen elf Uhr fertig. Also wirklich mit einbauen. Da habe ich dann, ich habe erst einmal die neue drangepackt. Funktioniert dann die alte wieder rein, alle Spiele runtergeschmissen und die Platte neu formatiert. Wieder ausgebaut, neue rein. Und dann gestern Abend eigentlich dann weiter nichts gemacht. Ich bin dann gegen halb zwölf ins Bett. Habe dann auch für Deutsch mein Buch gelesen, Seite 88 oder so. Also bis Kapitel 17 ist das glaube ich gelesen. Das habe ich dann noch getan. Ja, habe ich das dann erledigt. Und dann bin ich da nochmal mit Tablet noch ein paar Minuten. Dann warte halb eins. Und dann bin ich dann eingeschlafen. Also morgen gehe ich halb acht wieder raus. Dann ein bisschen mit dem Freischneider, weil das Brot ja, wird ja mega warm. Aber ich kann es dann auch direkt ausführen. Dann ist der Scheiß schon mal weg. Und ja, das läuft zumindest jetzt. Das ist jetzt. Oh, passt. So, das Scheiß hat weg. Das ist nämlich mit dem Teller der angenehm war. Nicht der Meinung. Wegstelle. Aber brauchen wir vier Stück. Äh, vier. Das müsste dann diese... Ja. Ja. Ich finde die Gabel immer noch geil. Aber mir ist aufgefallen, dass es fehlt noch auf uns. Aber das SZ mit Gabelpack führt uns. Aber mit dem Gespräch dass es extra rum hat. Ich wüsste zwar aktuell nicht warum, aber es kann ja möglich sein, dass mir da irgendwas nicht aufgefallen ist. Wird zwei, vier. Ob der Ding vielleicht noch ein Problem oder so gemacht hat. Oder dass irgendwer ja wieder nicht downloaden konnte. Das haben wir nämlich ab jetzt auch mal. Dass das eine nicht downloaden kann, dann ist das auch mal so ein bisschen kack. Wenn man dann schon mal zusammenspielen möchte. Jetzt fehlt noch noch die Siedlage. noch nicht so optimal. Und mir ist jetzt schon wieder warm. Ich hasse es. Ich hasse es aber auch. Aber was willst du mal? Was willst du mal? Schau. Ich habe mir Ich habe sch Whoops. Ich wollte mich scare. Ich habebeten nicht damit. Schauer bitte. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das schöne ist mit der Cloud, die ich ebenfalls benutze, ist das angenehm. Downloadest dir die Version von Teamspeak. Das ist eigentlich immer angenehm. Downloadest dir einfach die Version und dann updatest du die, dann kannst du dich anmelden und dann hast du jetzt der ganze Scheiß fertig. Du brauchst nix weiteres machen. So stelle ich mir das vor. So stelle ich mir das vor. Ich habe gelesen, das neue Tagebuch, jetzt in die Kinos kommt, 15. Juni, glaube ich. Doch, ja, 15. Juni, also ich bin ja mal ganz gespannt. Und ich werde nicht gucken, weil ich sage, ich kenne viele Leute, die das gerne gucken und auch die Bücher gerne gelesen haben. Also ich bin nicht so der Fan von mir. Ich habe es nur über YouTube gesehen und auch im Fernsehen schon gesehen. Wenn ich gefrühstückt habe, irgendwann ging 8 Uhr. Habe ich das gesädelt? Ja. Es geht ja. So. Wer muss denn da noch rein in den Kupfstall? Er leckt mich dann schon. Ein Wagen noch. Ein Wagen noch. Ein Wagen fahren wir noch. Ein Wagen geht noch und dann haben wir noch Schweine, aber wir wollen es jetzt mal nicht übertreiben. Das heißt, ganze vier von diesen Wagen gibt es nicht. Und das Problem ist halt auch, ich habe aktuell so einen Knack hinter dem Aufmerkopf. Ich weiß nicht, ob das auch mit in die Aufnahme reinkommt. Das habe ich aber nur, wenn ich aufnehme aktuell. Sonst habe ich das gar nicht. Das ist ja mit mir echt warm, ey. Ich arsch. Jetzt läuft es einigermaßen. Und auch nicht. Wir wollen gar nicht mal vom Tuch sprechen. Und vier. Und vier. Und vier. Und vier. Und vier. und erlässt, das ist ja mal... geht ja eigentlich mal gar nicht. Auszumachen läuft, das ist ja mal frei. Puh, naja. Auf Eifer, der Neustrahl. Entschuldigung, naja. Ich hoffe einfach, dass das mit dem Neustart geregelt ist. Das wäre, glaube ich, so die einfachste Methode. Obwohl ich weiß, dass ich das einstellen muss, bevor das wieder läuft. Ich hoffe einfach, dass das nicht so lange dauert. Ich werde wahrscheinlich jetzt eh eine gute Woche brauchen, bis ich alle Spiele wieder auf dem Standpunkt habe, dass man sich A spielen kann. Mit eingestellt sind ja gut. Ich wusste jetzt, dass ich LS aufnehmen muss. Deshalb bin ich jetzt ja aktuell dabei. Weil das wusste ich auch gestern Abend schon. Deswegen war das eins mit den Spielen, die ich heute Morgen direkt, oder eigentlich am schnellsten installiert habe. Dann haben wir Aufnahmen bekommen. Halt noch ein bisschen anderer Krimskrams. Ich wollte eigentlich schon früher aufnehmen. Dann hätte ich auch alle drei Folgen geschafft. Aber dadurch, dass ich noch Folgen hoch oder LS-Folgen hochgeladen habe, konnte ich heute leider nicht aufnehmen. Und dadurch, dass ich jetzt aktuell auch keine hochladen kann, weil ich gleich in einer guten Stunde, war wohl acht Minuten, siebzehn, vielleicht eine Team-Speak-Besprechung habe. Boah, mein Rücken. Ähm, kann ich jetzt aktuell nicht weiter hochladen. Ich muss noch gucken, ob es mir schon seine Trials-Folgen irgendwie zu... gekommen gegeben hat. Vielleicht die auch noch brauchen zum Schneiden. Ich hoffe, dass ich die Welt komme. Wenn nicht, gibt's halt mal eine Woche wieder nur... ...meit hängt ja der Scheissschütze an. Und wenn ihr wisst, ob man das Ding da verschieben kann, dann bitte mal schreiben. Ich hätte mich gerne mal unten hingewogen lassen, nicht da oben. Das nervt an der Sache ein bisschen. Na los. So, das heißt, ich bedanke mich für's Zuschauen, ich hab's euch gefallen. Den Daumen wäre natürlich schöner und wir sehen uns zur nächsten Folge wieder. Bis dann, danke, tschau.